Okay, dann geht wohl die Schicht wieder los. Neuer Tag, neues Glück, ha? Okay, wir haben fünf Schmuggler und wir suchen eine Person. Chat, merkt euch das, okay? Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, dann will wohl der erste des Tages reinfahren, hab ich recht? Fahren Sie rein, komm. Fahren Sie rein, komm, sind der erste des Tages, ja? Sie entscheiden darüber, wie meine Schicht verlaufen wird. Dankeschön für die Dokumente erstmal, ja. Würden Sie mir kurz einen Gefallen tun und einmal kurz aus dem Auto aussteigen, ja? Okay, naja, warten Sie einmal kurz, mhm. Okay, hier ist erstmal alles clean soweit aus bei Ihnen, ja? Schauen wir nochmal kurz auf Ihre Dokumente. Sie sind Maitam Sultan, Maitam Sultan, okay, bei Ihnen stimmt alles. Sie kommen aus Albarak und haben Lebensmittel dabei. So, wissen Sie was? Momentan dürfen wir leider niemanden, der aus Albarak kommt und Lebensmittel dabei hat, reinlassen, ja? Deswegen wünsche ich Ihnen eine super angenehme Heimreise. Sie kommen da leider nicht rein, ja? Sie kommen da nicht rein. Sie kommen da nicht rein. Also, wie die Leute immer drauf sind momentan, ist der Wahnsinn. Komm, fahren Sie rein. Komm. Oh, Sie haben Seiten auf Null. Wir hatten lange niemanden mehr mit Seiten auf Null. Geben Sie mal die Dokumente der, ja? So, ich wiederhole es. Wissen Sie was? Dann steigen Sie doch direkt aus dem Auto aus. Wenn Sie mir gleich so kommen, steigen Sie doch direkt aus dem Auto aus. Ihr Fahrzeug liegt. Geben Sie mal die Dokumente. Ach, Sie brauchen die auch wieder zurück? Haha, wusste ich gar nicht. 1390. Das dürften Sie erstmal dabei haben. Sie haben drei Koffer, ein Gepäckstück und drei Säcke dabei. Mhm. Vier Gepäck, ein Kornsack. Stimmt erstmal soweit. Mhm. Reifen clear. Reifen clear. Handschifffach haben Sie auch nichts. Okay. Mhm. Motorhaube ist auch erstmal sicher. Okay, der Herr, ich kontrolliere noch kurz Ihren, 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 Ihren Kennzeichen und ansonsten passt eigentlich alles bei Ihnen, ja? Obwohl Sie Seiten auf Null haben. WTQ. Null. Okay, bei Ihnen stimmt alles. Halide Solak. Halide Solak. F3-4. Okay, der Herr, ja? Super angenehme Einreise, obwohl Sie Seiten auf Null haben. Ja, fahren Sie rein. Fahren Sie rein. Nächster. Komm. Fahren Sie rein. Tag, der Herr. Wenn Sie mir kurz einen Gefallen zugeben, würden Sie mir einmal kurz Führerscheinfahrzeugbegüge geben, okay? Ich steig jetzt mal kurz aus dem Auto aus. Jo, Chat, was macht ihr heute eigentlich noch? Geht irgendeiner heute am Samstag noch feiern? Einzelne Chat, wenn heute noch jemand feiern geht. Einzelne Chat, wer heute noch feiern geht. Okay. Oder was mit Freunden macht. Einzelne Chat, wer heute noch feiern geht, oder was mit Freunden macht. Zweite Chat, wer heute zu Hause bleibt. Aha. Imon Duduri. Imon Duduri. Imon Duduri. Mhm. Mhm. Okay, der Herr. Ja, Sie haben Tiere dabei. Dann schauen wir doch mal, ob die Tiere so echt sind, ja? Sie haben eins, zwei, drei, vier, fünf Hühner dabei. Eine Kuh und ein Schweinchen. Oh, Ihre Kuh sieht ein bisschen ausgetrocknet aus. Ich verschwende nur Ihre Zeit, der Herr. Wenn Sie wollen, können wir das abkürzen, ja? Ich habe hier ein Messer in der Hand. Sagen Sie es nur. Sagen Sie es nur. Danach kann nämlich niemand mehr Ihre Zeit verschwenden, wenn Sie verstehen, was ich meine. Schauen wir doch mal kurz in Ihre Kuh rein, ja? Okay, Mister, ja? Brauchen Sie ein bisschen Wasser? Wollen Sie ein bisschen Wasser haben? Sie sehen ein bisschen vertrocknet aus. Wenn Sie wollen, ich kann Ihnen hier eine kleine Flasche... So, wenn ich Ihnen das schon anbiete, dann reden Sie doch auch mit mir. Wissen Sie was? Sie haben noch drei Sekunden, um zu antworten. Wollen Sie ein Schluck Wasser oder nicht? Drei... So. Verschwende ich immer noch Ihre Zeit? Haben Sie nichts dazu zu sagen? Wissen Sie was? Sie packen mir erst mal direkt die Hände in den Rücken. Ich mache einen Fehler? Ich mache... Okay, ihr habt es gehört? Ich habe einen Fehler gemacht. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Dass ich einen Fehler mache? Er hat dem Huhn mehr geschmuggelt als in der Kuh? Pablo, weißt du was? Du sprengst mir die ganze Scheiße weg, ja? Spreng das Auto weg, der war nie hier, ne? Nächster! Komm! Fahren Sie rein! Fahren Sie rein! Tag, der Dankeschön für die... Wissen Sie was? Sie tun mir den Gefallen und steigen kurz einmal aus dem Auto aus, ja? Wiegen wir doch erst mehr... Haben Sie Ware dabei? Oh, Sie haben sehr, sehr viel Ware sogar dabei. Okay, wiegen wir doch mal kurz Ihr Fahrzeug. Sie haben 4.000 Kilo, Sie dürfen 4.200 dabei haben. Und hier im Augenwinkel sehe ich dann schon mal, dass leider Ihre Einreiseerlaubnis abgelaufen ist, lieber Levan Einzalu. Und Ihr Name ist ja auch noch falsch, okay? Bleiben Sie da stehen. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Grund, Sie abzulehnen, okay? Beruhigen Sie sich. Sie sind ja von Anfang an unsympathisch gewesen, okay? Wir schauen dann mal, ob Sie irgendwelche illegalen Substanzen dabei haben. Ansonsten dürfen Sie theoretisch durchfahren, ja? Mhm. Chat, Gesuchter, nur reinschreiben, wenn es wirklich der Gesuchte ist. Der Gesuchte sieht so aus. Bedeutet also nicht so wie ich, weil ich mehr Bart habe als der. Wisst Ihr was? Um sogar ganz genau zu sein, ich habe sogar extrem viel mehr Bart als der. Mhm. Geburtsjahr ist falsch, okay. Kennt Ihr den? Einzel-Einzel-Chat, wer den im Real-Life kennt. Einzel-Chat, wer den wieder im Real-Life kennt, von wem das der Opa ist. Von wem ist das der Opa und der weiß ganz genau, oh, mein Opa hat nicht am 5. Juni 1927 geburts, sondern am 8. April. Das ist mein Vater? Ach, okay. Sorry. CDL, mhm. 3, 2, 5. Okay, der Herr, ja. Ich habe genug Gründe, sie abzulehnen. Wir schauen noch mal kurz ihre Sitze an, der Herr. Oha. Die Sitze sind erstmal clean soweit. Gut. Bei München eine angenehme Heimreise. Sie haben genug Sachen, die falsch waren. Fahren Sie heim. Nichts. Ja? Nächstes Mal vielleicht nicht so viel fälschen, der Herr, okay? Hahaha. Nächster. Komm. Fahren Sie rein. Fenster runter. Tag, der Herr. Dankeschön erstmal, dass Sie mir die Dokumente geben. Würden Sie mir auch gleich kurz den Gefallen tun. Weil Ihr Fahrzeug, sag ich mal, ein bisschen grün durchschimmert. Das sieht so aus, als ob Ihr Fahrzeug, äh, ja, von einem Laien umlackiert wurde. Ja? Tun Sie mal kurz den Gefallen, steigen Sie schnell aus dem Auto raus. Kommen Sie raus, kommen Sie raus. Okay, also ihr schreibt bei jedem Gesuchter rein. Ihr schreibt bei jedem Gesuchter rein. Und Ihr schreibt beim Gesuchten, schreibt Ihr nicht Gesuchter rein. Ihr schreibt bei jedem Gesuchter rein und beim Gesuch... So, wissen Sie was, Sie packen mir sofort die Hände hinter dem Rücken, okay? Sind sofort festgenommen. Ja, jetzt schreibt Ihr Gesuchter. Jetzt schreibt jeder Ges... Pablo, spreng die Karre weg, okay? Pablo, spreng die Karre weg, okay? Vier Schmuggler haben wir heute noch, Chad. Mach die Augen auf. Nächster! Komm! Fahren Sie rein. Führerschein, Fahrspapiere, okay? Steigen Sie mal kurz aus dem Auto raus. Ich muss Ihr Fahrzeug wiegen, ja? Rauskommen. Okay, 28 Kilo, Sie dürften 99 haben. Das stimmt erstmal alles soweit. Wie sieht's aus? Sie haben zweimal Reinigungsmittel, viermal Reinigungsmittel dabei. Okay, sechs Reinigungsmittel haben Sie dabei. Das ist schon mal ein bisschen komisch. Haben Sie irgendwie zufälligerweise jemanden umgebracht, der Herr? Sie können's zugeben, ist ja nicht illegal. Ich mach nur einen kleinen Spaß, ja? Weil wenn Sie jemanden umgebracht hätten, dann würde ich dasselbe mit Ihnen auch machen und mit Ihrer gesamten Familie auch. Natürlich nur im Spiel, ja? Sie verstehen mich. Und wissen Sie was? Alles, was hier bleibt, bleibt auch hier am Grenzposten, ja? Dankeschön. Okay, bei Ihnen passt erstmal alles soweit. Ihre Passnummer stimmt. Schauen wir doch mal kurz Ihr Kennzeichen ab. LQ-U 9321MX. Okay, der Herr, ja? Bei Ihnen stimmt erstmal soweit alles. Ja, ich wünsche Ihnen eine super angenehme Einreise. Sie haben keine Drogen dabei gehabt, fahren Sie rein, ja? Fahren Sie rein. Okay, fahren Sie durch, fahren Sie durch, fahren Sie durch. Nächster. Sir, woher haben Sie denn das Auto, hä? Ihre Scheibe ist ja direkt kaputt. Steigen Sie sofort aus dem Auto aus, ja? Ich habe ein bisschen Angst bei dem Auto, hä? Solche Autos fahren eigentlich nur Serienmörder, okay? Solche Autos fahren eigentlich nur Serienmörder. Wir müssen mal alles bei Ihnen erstmal auslagern, ja? Wir müssen uns das Ganze nur anschauen, weil Sie machen schon mal einen sehr, sehr suspekten Auftritt, okay? Oha, oha, okay. Sie haben dreimal Seife dabei. Sie haben einen Koffer dabei. Interessant. Und Sie haben zwei Zementsäcke dabei. Gut, Pablo. Und dann einmal bitte den Mann einmal wieder alles einlagern, ja? Alles wieder rein. Kennzeichen sagt JTA, aha, 6483 e.V. Kennzeichen stimmt, Sie fahren in Zawelt. Wie viel dürft Ihr Auto wiegen? Okay, Ihr Auto stimmt erstmal soweit. Ihr Name, stimmt auch. Überall nichts ist abgelaufen. Und Ihre Passnummer stimmt auch. Stimmt Ihr Frachtbrief? Sogar Ihr Frachtbrief stimmt, Sir. Haben Sie irgendwelche illegalen Substanzen vielleicht dabei? In einem Sitz vielleicht? In einem Reifen unter der Motorhaube? Frontstuhlstange, alles easy. Reifensicher. Okay, der Herr, ja? Wenn Sie denken, ich wäre blind, ja? Ich habe natürlich sofort gesehen, dass Ihr Stempel und Ihr Dokument hinterher und falsch ist, okay? Blättern wir doch mal kurz auf die Seite. Ach, schade ist dran. Dann sehen wir hier direkt. Abgelaufen. Stempel und Dokument hinterher und das ist falsch, der Herr. Fahren Sie nach Hause, okay? Bevor ich hier irgendwelche anderen Sachen mache. Fahren Sie nach Hause. Fahren Sie nach Hause. Ja, was für ein Tag. Sonne scheint doch, he? Sehen Sie nicht die Sonne, wie sie scheint? Wissen Sie was? Das ist Ihr letzter Tag. Nächster. Komm. Fahren Sie rein. Kurz im Moment, der Herr. Und fahren Sie rein. Fahren Sie rein. Sagte er, danke schön für die Dokumente erstmal. Ähm, nur dass wir es gerade verstanden haben. Sie haben hier gerade nichts gesehen, oder? Haha, aussteigen. Okay, stimmt erstmal alles zu weit. Wie viel wiegt Ihr Auto? Okay, wiegt nicht so viel. Sie haben vier biologisches Gefahrengut dabei. Schauen wir doch mal, ob Sie wirklich nur vier dabei haben. Sie haben tatsächlich nur vier dabei. Mhm. Ihr Fahrzeugkennzeichen. VVC 937 4HY. Stimmt der erstmal. Ihr Name. Stimmt auch erstmal überall. Aha. Nichts abgelaufen. Passt nochmal. Stimmt. Okay. Der. Ja. Schauen wir nochmal kurz, ob Sie Drogen dabei haben. Ansonsten lasst Sie durchfahren. Heute zwei Leute mit Seiten auf 0, die durchfahren dürfen. Chat ist wahnsinnig. Ich soll Ihre Sitze nicht schmutzig machen? Okay, kein Problem. Kommen Sie her. Und wissen Sie was? Sie dürfen einfach durchfahren. Ja, fahren Sie durch. Fahren Sie einfach. Ach, die Kontrolle hat so lange gedauert? Mach ich hier einen Speedrun. Kontrollier das bisschen mit einem Auge nur. Schau ein bisschen drüber. Überfliegt das alles. Und er sagt zu mir allen Ernstes. Na endlich. Nächster. Fahren Sie reinkommen. Fahren Sie rein. Tag der Herr. Dankeschön für die Dokumente erstmal. Okay. Schauen wir nochmal kurz grob rein. Wissen Sie was? Wir haben heute noch vier Schmuggler angekündigt. Steigen Sie doch mal kurz aus dem Auto aus für mich. Dankeschön. So. Ihr Fahrzeug wiegt 3930 Kilo. Aha. Sie haben ziemlich viel Zement dabei. Was mir gar nicht mal so gut gefällt. Aber ich werde das definitiv nicht kontrollieren. ZSY8457VB. Baha. Oh, und Ihr Name ist falsch, der Herr. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Grund, Sie abzulehnen. Haben Sie möglicherweise noch irgendwelche Sachen dabei, über die Sie mich informieren sollten, bevor ich Sie finde? Sie wissen schon, was ich meine. Sowas wie Cannabis oder Heroin oder so. Sowas in der Art. Aber ich glaube tatsächlich, dass bei Ihnen alles super aussieht. Ja, fahren Sie durch. Fahren Sie durch. Ja, ich wünsche eine super angenehme Ei. Oh nein, oh nein. Sein Name war falsch, Chat. Manchmal macht man auch Fehler, Chat. Ich hätte ihn ablehnen müssen. Ich habe es vergessen. Tja, dann war es das wohl mit seinem Leben. Nächster. Steigen Sie mal kurz aus dem Auto aus, ja? Dankeschön. Reifen clean. Oha, 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 oha. Alles clean erstmal soweit. Ihr Kenntsession. V-N-E-O. Und da sehen wir es direkt. Dann sehen wir es da direkt. Ha, 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 ha. Ihr Reisepass, der Herr, ja? Dokumenten in der Runde ist leider ab, ist leider gefälscht, der Herr, ja? Haben Sie überhaupt einen Bart? Und Sie haben sogar einen Bart, der Herr, okay? W-Streamer, das ist deine erste Nachricht, Deckri? Yo, Kurs geht raus, Deckri, für die Nachricht. Danke dir. Kurs geht raus, danke dir. Erste Nachricht, W, danke dir. Okay, ja? Wiegen wir nochmal kurz Ihr Fahrzeug. Und Sie haben? 1.430. Okay, Sie dürfen das auf jeden Fall erstmal dabei haben, ja? Ihren Dokumenten in der Runde habe ich schon eingetragen. Bleiben Sie mal da stehen. Haben Sie irgendwas dabei? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ein paar Leute mich verarschen wollen heute. Hör, bei Ihnen müssen wir leider. Ja, Sie brauchen... Ich soll vorsichtig damit umgehen? Schauen wir doch mal rein, hör. Wir haben drei Reinigungsmittel, zwei Gepäckstücke, aha. Und ein Gepäckstück ist nichts drin. Sie dürften... Oh, Sie haben vier Gepäckstücke angekündigt, der Herr. Ich finde aber leider die anderen nicht. Ja, ihr fragt, wie wir es damit auch noch falsch. Pablo, du kommst gerade perfekt her. Lager dir mal alles ein, ja? Alles einlagern, komm. Motor getunt. Und, Chat, es ist mal wieder soweit. Wir haben einen V8B-Turbo. Da müssen wir wohl leider den Auspuff kontrollieren. Ja, ich muss leider bei Ihnen den Auspuff kontrollieren, okay? Stand jetzt würde ich Sie einfach ablehnen. Sind Sie aber noch ein illegaler Auto-Tuner und PS-Prozent? Da wissen Sie, was passiert, ja? Na ja, bitte ins Auto einsteigen, okay? Sie dürften 15 Dezibel-Lautstärke haben, okay? Sie wissen, glaube ich, Sie haben das schon mal gemacht. Genau, Sie haben nämlich einen V8B-Turbo drin, der eigentlich nicht eingetragen ist. Deswegen sehe ich erstmal darüber hinweg. Ja, ich würde Sie erstmal nur ablehnen. Sie haben nicht eine Woche Zeit, das nachtragen zu lassen oder ausbauen zu lassen. Ich würde trotzdem gerne aber einfach mal den Sound testen, ja? Sie werden gleich aufs Gas gehen, den Motor anmachen, dann 2000 Umdrehungen einmal für mich durchdrehen. Mhm. So, finden wir bei Ihnen irgendwo den Auspuff zufälligerweise? Da haben wir ihn, okay. Ein Einrück... Okay, wissen Sie was? Sie starten jetzt einmal bitte das Auto, ja? 2000 Umdrehungen bitte, okay? So, nur zwei... Illegaler Auto-Tuner. Okay, Chat, sechs Schmuggler... Nächster! Nächster! Komm, fahren Sie rein! Guten Tag, der Herr, ja? Da bin ich wohl ausgerutscht. Tun Sie mir kurz den Gefallen, steigen einmal kurz aus dem Auto. Ach, Sie sind aber ziemlich nett heute. Ja, heute haben wir leider sechs Schmuggler angekündigt. Deswegen hätte ich von Ihnen einmal gerne die Dokumente. Fahrzeug wiegt, aha, 1600 Kilo. Oh, interessant. Okay, Reifen erstmal so weit clear. Ja, schauen wir doch mal Ihre Dokumente an. Sie heißen Terenti und Sie haben definitiv nicht so einen Bart. Dann habe ich direkt schon mal einen Grund, dass Sie hier erstmal nicht reinkommen, ja? Dabei Ihr Foto, sag ich mal. Jetzt verstehe ich, was ich meine, habe ich recht? Ihr Foto, der Herr. Ist leider nicht so... Nicht so der Realität entsprechend, ja? Wenn man das mal so formulieren kann. Schauen wir doch mal, was Sie so dabei haben, ha? Hoi. Dürfen Sie erstmal dabei haben, soweit. Mhm, Reifen sind erstmal clean soweit. Und unter der Motorhaube haben wir auch erstmal nichts Schlimmes von Ihnen, ja? Äh, wenn wir hier gerade so stehen, ja, wünsche ich Ihnen eine super angenehme Heimreise. Ja, fahren Sie nach Hause, ja? Erste des Tages, was Fälschen ist nicht... Nächster! Komm! Fahr sie rein. Und anhalten, dankeschön. Fenster einmal runtermachen. Die Fen... Sie steigen sofort aus, okay? Sie kommen sofort aus dem Autor aus. Und einmal zur Seite treten. Wie gehen wir mal schon mal Ihr Fahrzeug? 3550. Da hätte ich einmal die Dokumente, um das zu überprüfen. Ja, Führerschein, Fahrtpapiere. Dankeschön für die Dokumente. Okay. Sie dürften das Ganze dabei haben. Finde ich ein bisschen komisch, weil Sie doch echt ziemlich viel dabei haben. Haben Sie vielleicht den Fahrzeugschein gefälscht, dass Sie mehr mitnehmen dürfen? Wie bei Hisham? Schauen wir mal Ihren Namen an. Aha, okay. Ihren Namen stimmt erstmal überall. Nichts ist abgelaufen. Sie haben Lebensmittel dabei? Okay, der Herr. Ja, Sie kommen leider aus Albarak und haben Lebensmittel dabei. Wissen Sie, was das bedeutet? Ich darf Sie da auf gar keinen Fall leider reinfahren lassen. Ja, wegen der aktuellen Einreisebestimmung kommen Sie leider heute nicht rein. Okay. Schauen wir mal noch, ob Sie irgendwelche, sage ich mal, Sachen dabei haben, die Sie nicht mitführen dürfen. Okay. Was habe ich eigentlich so dabei? Oh, ich habe ein paar Päckchen Zigaretten dabei. Die werde ich nachher noch ein bisschen rauchen. Das ist eigentlich coole an der Arbeit, dass man einfach selber so ein paar Sachen hat, die man sich selber einfach mal reinziehen kann. Wisst ihr, wie ich meine? So ein Päckchen Kokain am Abend. So eine Nase vorm Schlaf geht schon mal, oder? Okay, der Herr. Sie kommen nicht rein, weil Sie leider Lebensmittel dabei haben, ja? Sir, ich habe Ihnen, glaube ich, gerade wirklich... Sir, ich habe Ihnen, glaube ich, gerade wirklich mindestens 10 Minuten erklärt, warum Sie nicht reinkommen. Okay, die Leute aus Albarak, die Lebensmittel einführen, die dürfen heute nicht reinfahren. Falls irgendwie noch eine Sondergenehmigung... Marke und Zentrale, wir brauchen sofort Luftunterstützung. Keine Luftunterstützung heute? Okay, schade. Das muss wohl eine Silvesterrakete gewesen sein. Nächster! Fahren Sie rein, komm! Fahren Sie rein! Tag, der Herr. Tun Sie mir kurz mal den Gefallen, steigen Sie einmal kurz aus dem Auto aus. Okay, alles easy erstmal soweit. Ein Tank ist nicht drin, ein Reifen ist nicht drin. Haben Sie mir schon Ihre Führerscheine und Fazitpapiere, bitte, ja? Okay, Sie haben... 3.870, okay. PHI. 3703 WN. Stimmt alles soweit? Ich werde Ihre Fracht nicht auf... Wobei, wissen... Nee, ich habe keine Lust, Ihre Fracht auszulagern. Neun Düngermittel, wenn ich das schon lese, halt gar keine Lust darauf. Ihr Name stimmt überall. F sei... Mhm. Wissen Sie was? Sie sind einer von den Guten, Sie dürfen durchfahren. Ja? Sechs Schmuggler-Chat, noch keiner war da. Fahren Sie durch, fahren Sie durch. Fahren Sie durch. Der war ein bisschen zu nett, habe ich recht? Hat er vielleicht doch was dabei? Nächster. Jedes Mal dasselbe. Chat, by the way, alle nochmal kostenlos, Herz drücken, würde mich sehr, sehr freuen. Danke euch. Tag, der. Dankeschön für Ihre Dokumente. Erstmal würden Sie mir noch, wenn wir schon dabei sind, noch kurz den Gefallen tun, einmal noch kurz aussteigen. Dankeschön. Lieber Herr Umut Karimov, ja, wie viel wiegt denn Ihr Fahrzeug? Okay. 3900 dürfen Sie dabei haben. Sie haben zwei Schweine dabei. Okay, stimmt erstmal alles. XQF 6139CD. Okay, stimmt alles. Wie sieht es hier aus? Mhm, mhm, mhm. Okay. Alles clean erstmal soweit. Okay, der Herr, bei Ihnen kann ich erstmal nichts finden. Ich schaue nochmal kurz auf Ihre Sitz. Hier werden Sie nichts finden? Falsche Antwort, der Herr, okay. Wissen Sie was? Oh, meine Bodycam. Ist wohl gerade kaputt gegangen. Steigen Sie mal kurz ins Auto ein, ja? Wollen Sie mir mal kurz erklären, der Herr, ja? Du bist ein bisschen älter, da brauchen Sie ein bisschen länger. Erklären Sie mir mal, was ich hier gerade gefunden habe auf dem Beifahrersitz, ha? Was habe ich hier gerade auf dem Beifahrersitz gefunden, ha? Zigaretten. Wissen Sie was? Ich unterhalte mich kurz mal mit meinem Kumpan, wie wir mit ihm weitermachen, ja? Die Schweine! Nächster. Raussteigen, okay? Gesucht. Ich schaue, es wird nicht mal einer gesucht. Gehen Sie mal zur Seite, okay? 2660. 2600. Dankeschön, Dokumente. Okay. Okay, die Passnummer stimmt erst mal alles zu weit bei Ihnen. RKG 30000 AB. Foto falsch. Oh, der Herr. Sie dachten, Sie haben so einen Bart wie ich? Haben Sie vielleicht doch irgendwo was Illegales dabei, irgendwelche Drogen oder so, ne? Ich habe langsam keine Lust mehr auf meinen Job, ja? Jedes Mal dasselbe. Die kommen hier mit einem Straightface raus und jedes Mal lügen, die mir einfach eiskalt ins Gesicht schelten. Okay, ja? Sie fahren nach Hause, ja? Ich habe nämlich gerade bei Ihnen gefunden, dass, sag ich mal, Bild falsch ist. Ja, fahren Sie nach Hause. Es ist halt auch die Sonne, ist da. Legen Sie sich raus in den Garten, aber halt nicht bei uns im Land. Nächster. Komm. Ich dachte, der will flüchten, Chad. Tag, der Herr. Würden Sie mir kurz den Gefallen tun? Und einmal kurz aus dem Auto aussteigen? Ja, dankeschön. Okay, Motorhaube erstmal alles clean. Vorne ist alles clean. Okay, alles clean. Okay, schauen wir mal erst mal Ihre Dokumente an. Vladislav. Aha, sieh Sie mal bitte leise, ja? Okay, ich muss mich nicht konzentrieren. Werden Sie hier nämlich vielleicht ein paar Sachen falsch haben? Sie haben zwei Gepäckstücke dabei. Hier haben Sie das dritte Gepäckstück. Da haben Sie das vierte. Okay, naja, Ihr Verrachtbrief stimmt auch erstmal soweit. Okay. Nichts wiegt zu viel. Sie haben auch keinen Drogen wieder dabei. Schon wieder nicht. Schon wieder nicht. Fahren Sie rein, fahren Sie rein. Sie haben wieder nichts dabei? Das liegt da. Na, Sir, bei Ihnen war das einer der schnellsten Kontrollen der Welt. Sir! Sir, es war einer der schnellsten Kontrollen, die wir jemals bei Ihnen durchgeführt... Okay, ich habe es verstanden. Nächster. Komm. Einmal bitte aussteigen, der, okay? Hände hoch! Nächster. Tag der Herr. Sie würden mir einmal ganz bitte aus dem Auto aussteigen, ja? Kommen Sie raus! Wie viel wiegt denn Ihr Fahrzeug, ha? Oh, 5.250. Sie dürften 6.300 dabei haben. Interessant. Haben Sie ein paar Tiere dabei? Schauen wir doch mal die Tiere an, ha? Wir haben hier eine Ziege, eine Kuh und noch eine Ziege. Der Herr, ja? Das ist schon mal, sage ich mal, nicht so gut, ja? Warum schweißt du mich an, ha? Weißt du was? Wir schauen bei dir mal rein, okay? Was haben wir so in den Sitzen drin, ha? Was haben wir so in den Sitzen drin, ha? Sitze erst mal clean. Okay. WMS 830 2JZ stimmt auch erst mal alles soweit. Isat Otzturk. Okay. Passt erst mal alles soweit, der Herr? Schreien Sie mich noch einmal an, Sie sind tot, okay? Schreien Sie mich noch einmal an, Sie sind tot, ja? Schauen wir mal Ihre Dokumente weiter an. Sie kommen aus Al-Barack, Sie dürfen also keine Lebensmittel... Ach so, Sie haben Tiere dabei? Sie haben keine Lebensmittel dabei? Okay. Ja, gut. Obwohl Sie mich so angeschrien haben, lasse ich Sie durchfahren, ja? Lasse ich durch. Fahren Sie durch. Ich wünsche Ihnen keinen schönen Tag, okay? Nächster. Es kann nicht sein, dass von sechs Schmugglern nicht einer kommt heute, Chat. Sechs Schmuggler und nicht einer hat was dabei. Der ist auch nicht dabei. Der ist auch nicht dabei, mit Ansage. So, das ist ein alter Mann, ja? Steigen Sie aus. Benimm dich, alter Mann. Okay, wie viel wiegt denn Ihr Fahrzeug? Ich habe das Gefühl, die haben Übergewicht. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, was das angeht, ja? Dokumente her. Da haben wir auf jeden Fall erstmal ein Fahrzeugübergewicht, ja? Weil Sie dürften 4.240 dabei haben. Sie haben 4.370 dabei. Stimmt erstmal alles soweit? Dann schauen wir doch nochmal ein bisschen, ob Sie noch vielleicht illegale Sachen dabei haben, ja? Weil ich sage mal so, so viel Gewicht zu haben, ist ein bisschen komisch, habe ich recht? Okay, mhm. Oh, der Sitz fühlt sich ein bisschen hart an. Sie denken wirklich, Sie kommen da. Sie wollen mich als einfach bestechen? Wie viel ist das überhaupt? Immer wieder schön Geschäfte zu machen, ja? Fahrt sehr, sehr gerne. Fahrt sehr, sehr gerne. Nächster! Fahrt sehr, sehr gerne. Komm, okay? Aha. Aber ich will erstmal clean. Haben wir hier vielleicht was tun? Würden Sie mir kurz den Gefallen tun und einmal kurz aussteigen? Passen Sie bitte auf, treten Sie nicht auf den Arm, Mann. Treten Sie nicht auf den Arm, Mann, bitte, okay? Führerschein und Fahrt zu Papier, ja? Ob das wirklich notwendig ist? Wie viel wiegt die Auto, ha? 3950, mhm. Oh, haben Sie überhaupt einen Bart? Ja, Sie haben einen Bart. Okay, Sie dürfen 4200 dabei haben. Haben Sie vielleicht irgendwelche illegalen Substanzen in den Motor, in den Sitzen? Alles clean erstmal soweit? Aha, okay. Reifen clean, Frontschussstange clean. Okay, die Kennzeichen stimmt überein. Reifen ist clean. Na gut, der Herr, ja? Bei Ihnen stimmt eigentlich erstmal alles soweit, nur dass Sie halt Lebensmittel dabei haben und halt aus Albarak kommen, was natürlich nicht erlaubt ist. Da muss ich gleich wegen der aktuellen Einreisebestimmung und ablehnen. Sie können gerne mit derselben Ware bald wieder vorbei. So, was soll das heißen, hä? Pablo lage die Scheiße wieder ein, okay? Fahr das Auto weg, spreng die Kacke. Okay. Yo, chat, W-Stream gewesen. U-Stream gewesen. U-Stream gewesen. U-Stream gewesen. Durk droplets.